Leute, meine Klamaschers! Willkommen zu einem neuen Videoaufbau-Kanal, Leute! Und heute werden wir was richtig Heftiges machen, denn wir machen ein Videospiel-Fashion-Show mit der Community! Freunde, ich hab das gerade schon aufgenommen und es sind richtig krasse Skins, beziehungsweise richtig geile Videogames dabei. Und kurz geht raus an den Gewinner, Freunde. Schaut bis zum Ende dran, es wird richtig, richtig spannend, wer noch gewinnt, Freunde. Und ich muss mal sagen, vergiss nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen und meinen Zweikanal abzuchecken, Freunde. Wir sind fast bei den 4000 Abonnenten auf dem Zweikanal, wer würde mich richtig freuen und natürlich auch auf den Hauptkanal abonnieren. Denn die 500.000 Abonnenten müssen wir noch schaffen für den Song. Und ich würde mal sagen, wir jumpen rein in das Fashion-Show-Videogamespiel-Potos. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir sind jetzt gelandet und dann geht's schon los mit dem Fashion-Show-Skin-Contest, Freunde. Beziehungsweise Videospiel-Skin-Contest, was hier Fashion-Skin-Contest ist. Ich würde mal sagen, der Erste soll bitte reinkommen. Okay, der Erste ist so ein Samurai-Style-Typ, Freunde. Manche haben mir auch im Discord geschrieben, vielleicht könnte ich das Spiel nicht wissen, was sie meinen. Und hier denke ich, es ist irgend so ein Samurai-Spiel auf jeden Fall. Oder es könnte sowas wie Monster-Hunter sein, Freunde. Du jeniger, du jeniger, schreib mir mal bitte in Discord, was für ein Charakter du bist. Oder bist du Nigel oder Diego und hast Ghost of Tsushima gemacht? Ghost of Tsushima? Ah, okay, Freunde, das ist krank, denn das ist Yasu von League of Legends. Mit drei Schwertern, okay, mit so langen Haaren, okay. Der sieht ein bisschen anders aus. Du hättest den vielleicht blau machen sollen, dann wäre der wilder. Aber ich würde mal sagen, komm, du bist eine Runde weiter, stell dich bitte hier hin, hier auf die Seite. Und dann würde ich mal sagen, der Nächste, kommt rein, bitte, let's go! Oh, okay, 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 okay. Carnage? Mit den Blades? Okay, das Backbling fühle ich irgendwie nicht. Das ist zwar rot, aber... Ja, egal. Ich würde mal sagen, du bist ein Wackler. Komm mal bitte hierher, hier sind meine Wackler. Aber es ist Carnage. Warte mal, gibt es überhaupt ein Spiel von Carnage? Oder Spider-Man? Oder... Ja, gibt es? Okay, okay. Dann würde ich mal sagen, der Nächste, bitte, reinkommen. Oh, okay, das könnte Assassin's Creed... Oder das ist Assassin's Creed Valhalla, oder? Ja, oh mein Gott, okay. Ich sage euch ehrlich, der Skin ist wild. Der Backbling gehört nicht dazu. Und ich glaube, die Spitzhacke auch nicht, oder, zu dem Set? Nein, okay. Boah, ist aber wild. Feier ich jetzt schon mal. Ich bin gespannt, was für einen Tanz du machen willst. Geh bitte jetzt weiter. Nächster, bitte! Okay, okay, okay. Was könnte das hier sein? Cyberpunk vielleicht? Hinten noch so mit so einem Auto. Ist Cyberpunk? Ja? Okay. Was aber auch krass wäre, wäre Subway-Surfer, Freunde. Das würde auch zu Subway-Surfer passen. Aber so Cyberpunk-mäßig. Ist wild mit so einem Auto aufrücken. Ich bin auch mal gespannt, was wir in Links zu machen, weil es geht wieder weiter. Und der Nächste bitte. Tragner-Röck-mäßig. So Viking-Style. Aber ich komme nicht auf das Spiel. Es könnte auch Assassin-Valhalla sein, Freunde. Aber ich komme nicht auf das Spiel. Bitte mal einmal reinschreiben. Aber die Spitzhacke ist von Loki, ist wild. Und der Backblink passt eigentlich auch, weil das ist so ein bisschen Wikinger-Zeiten. Skyrim! Holy Sheesh! Okay, Freunde. Das ist auch sehr, sehr stark. Ich finde, die Spitzhacke hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber Skyrim? Auch sehr wild. Okay, du kannst weiter rüber gehen. Und der Nächste. Bis jetzt ist noch keiner rausgefallen, außer der ist jetzt so ein Wackler. Oh, den Skin. Oh, warte mal, warte mal. Die Kombi? Die Kombi ist sehr wild. Holy Sheesh! Und ich glaube, das soll doch der Affe von Overwatch sein, oder? Oh, okay, Freunde. Er hat mir jetzt geschrieben, was er ist. Weil ich habe gedacht, der von Overwatch. Das ist der von Overwatch. Aber ist er nicht. Er ist nicht der von Overwatch. Schade, weil ich fände den übel krank. Aber er ist Donkey Kong als Gold. Das finde ich irgendwie... Oh, Overwatch hätte besser gepasst. Aber das finde ich auch stabil. Du kannst auch weiter... Nächster, bitte. Sieht aus wie so Adventure Time oder so. Oder es sieht auch so aus wie Link oder so. Also Zelda. Da, wisst ihr, wie ich meine? Aber was bist du denn? Was? Oder Kirby so ein bisschen. So wegen den Ohren und so. Was könnte das sein? Schreib mir bitte mal rein in Discord, was du für ein Spiel bist. Den gibt's Zelda-Vibes. Ja, das finde ich auch. Aber bitte nur der reinschreiben, der wo jetzt gerade ist. Freunde, ich weiß nicht. Es ist so... Also Zelda... Ja, aber ich weiß nicht. Also, den habe ich jetzt leider nicht so gefühlt. Es tut mir leid. Nigel, es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, nächster. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen schnell machen. Okay, das ist Brawler. Aber das Schwert gefällt mir gar nicht, Freunde. Aber aus was für einem Spiel sollst du denn sein? Was für ein Spiel soll das darstellen? Ihr da vorne, ihr, die, die schon weiter sind. Ihr könnt schon mal in die Zone und da schon mal alles vorbereiten. Und du, Wackler, du bleibst noch da. Spider-Man Miles Morales. Oh, okay. Aber ich finde, das Schwert passt gar nicht. Es tut mir leid. Das Schwert passt gar nicht. Okay, der Nächste, bitte. Schnell, 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 schnell. Oh, warte mal. Warte mal, was ist das denn? Ist das... Ist das Dead Cells oder wie heißt das? Was ist denn das? Was könnte das für ein Skin sein, Freunde? Oder was für ein Videogame ist das? Freunde, wenn ihr natürlich die Videogames wisst, dann schreibt es unten in die Kommentare. Was könnte das hier sein? Aber es sieht wild aus. Die Kombi sieht auf jeden Fall wild aus. Ich will aber das Spiel wissen. Schreib mir das bitte rein in die Kommentare. Hallo. In den Chat. Black Panther. Okay, weiter. Du bist weiter. Direkt, weiter, direkt, weiter. Komm, komm, komm. Nächster, nächster. Okay, die Skin-Kombi, die passt. Die passt gar nicht, Bruder. Ich weiß, dass es Star Wars ist, aber es tut mir leid. Spilly Sleepy David. Okay, weiter. Nächster. Okay, Spitzacke zeigen. Okay, Schwert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Direkt reinschreiben. Ninjago? Okay, das ist auch wild. Weiter. Okay, Freunde. Aber wir hatten schon schreckliche Skins. Deswegen ist der Wackler hier auch weg. So, nächster hier. Wer bist du? Bist du jetzt mein von Overwatch? Mein Mann von Overwatch? Space Chips. Ja, wir haben schon Affen. Der ist leider besser als du. Deswegen tut es mir leid. Einskrieg tut mir leid. Okay, nächster, nächster, nächster. Die Zone kommt. Lauft. Lauft. Kommt her. Kommt her. Abfahrt. Abfahrt. Direkt in die Zone. Direkt in die Zone. Wir gehen direkt in die Zone. Die Leute haben da irgendwo schon vorbereitet. Lauf direkt in die Zone. Dann machen wir gleich weiter. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt weiterziehen. Und der Nächste, bitte. So, meine Damen und Herren. Und das ist Spider-Man. Backbling ist ein anderer, als den er hat eigentlich. Und die Spitzhacke ist... Ja, Spider-Man. Abdu, ich sag dir ehrlich. Es ist... Wir haben... Wir haben krassere. Wir haben krassere. Es tut mir leid. Abdu, es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, der Nächste, bitte weiter. Der Nächste, bitte rein. Okay, ich glaube aber, das ist... Das ist wild. Was ist das? Keine Ahnung, wie man meiner heißt. Aber das ist der Mann mit den Flügeln aus Marvel. Guck mal. Für diese Antwort, Gogeta, ne? Kriegst du einfach einen Schuss ins Gesicht. Einfach einen Schuss ins Gesicht. Wer hat der nicht verdient? Okay, die Nächste. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wer das sein könnte, Freunde. Was ist das? Haha, du Hund, schreibt er. Okay. Genshin Impact? Oh, ist das... Oh, das ist wild. Weiter, 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 weiter. Das ist wild. Feier ich. Okay, Nächster. Nein, das ist Ghost of Tsushima, ne? Stimmt's? Ja, weiter. Feier ich. Ist wild. Nächster. Wer bist du? Sag mir jetzt nicht nur Niago. Hauptcharakter von Shadow Fight 2. Ich kenne das Spiel leider nicht. Und wir haben leider schon... Ja, go. Komm mal bitte hierher. Und... Ja, es tut mir leid. Es tut... Es tut mir leid. Wer ist das? Es war Ness. Ness. Es tut mir leid. Okay, Nächster. Schnell, schnell, schnell. Okay. Du bist irgendein Doktor Rant von Spider-Man vielleicht? Wer bist du? Wer bist du? Schreib mir bitte schnell rein. Wer ist das, Freunde? Oh mein Gott. Irgendein Doktor Rantin oder so? Spider-Man. Ja, so ein Doktor, ne? Diese Doktortus. Okay. Okay, du bist weiter. Du bist weiter. Du bist weiter. Du bist weiter. Nächster, nächster kommt der Letzte, der jetzt für die Runde. Und... Mary Jane? Friday the Trice-Hinter? Sieht so aus. Ich bin gespannt, was für ein Emo du hast. Weiter. Du bist auch weiter. Einsteigen, 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 einsteigen. Let's go. Weiter, weiter in die Zone, in die Zone, in die Zone. Freunde, wir haben schon viele rausgehauen. Und wir kommen jetzt zur zweiten Runde. Denn jetzt machen wir einen Tanz. Und da hinten haben die Leute schon was aufgebaut. Auf Ehrenbruder-Basis. Und natürlich nochmal Kuss an alle, die hier mitmachen. Auf Ehrenbruder-Basis. Freunde, ich hire dieses Format. Hier geht's um Videogames. So, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Bitte in einer Reihe aufstellen. Alle, 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 alle. Schnell. Lass mich durch, lass mich durch. Jungs. Ehre. Was ist die Wand? Was ist die Wand? Wir machen erstmal Tanz. Okay. Der Erste, bitte. Schnell für den Tanz. Schnell. Reinkommen. Zeig mir deinen Tanz. Was war der Erste nochmal? Okay, der Erste war... Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Finde ich... Guck mal, das Ding ist, eigentlich darf ich dich nicht weiterlassen. Der Tanz war gut, aber du bist halt rot, Bruder. Du musst blau sein. Ja, komm, du bist weiter. Komm, der Nächste. Ghost of Tsushima für Sushi... Oh, okay, weiter, weiter. Hat mich beeindruckt. Weiter, 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 der Nächste. Okay, Valhalla. Wild. Weiter. Komm, weiter, 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 wild. Nächster. Okay, geh weiter. Du hast es weiter, komm. Okay, Ninjago. Ja, komm, weiter, weiter, komm. Oh, jetzt bin ich gespannt. Genshin Impact. Ah, Wackler. Du bist ein Wackler. Komm, komm, geh rüber. Weiter. Nächster. Oh, ich weiß nicht. Dann bist du aber weiter und du dann nicht, glaube ich, wenn man euch zusammenstellt. Okay, geh mal weiter, geh mal weiter, schnell. Okay. Stark. Sehr stark. Cyberpunk, Freunde. Sehr, okay, weiter, komm, komm. Du musst gar nicht mehr weiter. Geh weiter jetzt. Komm, Nächster. Okay, unsere... Ähm... Ja, aber du bist kein... Du bist kein Böser von Freitag, der 13. Deswegen, Ali, mehr. Tut's mir leid. So, bitte, weiter. Ja? Hättest du was Wissenschaftliches gemacht, dann... Tut's mir leid, Goomba. Tut mir leid. Okay. Wir sind beim letzten angekommen. Zeig mir. Skyrim. Boah. Okay, stark. Stark, stark, stark. Okay, ihr seid weiter und der Wackler. Hast du noch... Okay, warte. Hast du noch ein Emote? Hast du noch ein Emote? Vielleicht. Auf Schnelle. Mit einer Mengen Fantasie. Komm, es ist bunt. Du bist dabei. Komm. Weiter geht's. So, meine Damen und Herren. Wir kommen zu dem zweiten, zu dem nächsten, beziehungsweise zu der dritten Stage. Bitte alle eine Wand aussuchen, meine Dauntime. Bitte alle eine Wand aussuchen, wo ihr ein Spray drauf macht. Alle eine Wand. Da hinten ist noch eine Wand. Mein Donkey Kong. Bitte alle mal. Okay, wir schauen hier. Stark. Okay, okay, okay. Diesmal hast du verkackt. Mohamed, diesmal hast du verkackt. Okay, das Spray, das sehe ich leider nicht so gut. Kannst du das nochmal hier drauf machen, bitte? Okay, nächster. So ein Wolf. Tut mir leid. Tut mir leid. Ninjago war gut, aber tut mir leid. Oh, Skyrim mit Dings hier. So Totengrab finde ich wild. Wilder Affe. Ja, ist auch nice. Rocket League. Ja, ist okay. Und ein dunkles Herz. So mit Augen. Okay, okay, okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Dann will ich einmal, dass ihr alle, bitte, einen Sticker raushaut. Und zwar fangen wir hier an. Oh, warte. Oh, warte. Stopp, stopp. Wir haben noch nicht geguckt. Stimmt. Zeig mir. Dein Spray. Man hätte was besseres nehmen. Komm, aber ich will deinen Sticker nehmen. Du bist mein Wackler, weil der war echt nicht so gut, der Sticker. Okay. Nochmal, bitte. Okay, ja. Axt, bitte. Es tut mir leid, die Farben waren geil. Die Farben waren geil, aber es tut mir leid. Danke für die Krone. Okay. So, Ghost of Tsushima. Glück gehabt. Skyrim. Ähnlich, ja. Ja? Ja? Tut mir leid, vorbei. Tut mir leid. Dein Skin war auch sehr, sehr stark. Dein Skin war auch sehr, sehr stark. Okay, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, ich möchte jetzt bitte, ich hoffe, ihr habt alle eine Waffe. Ich hoffe, ihr habt eine Waffe. Wenn nicht, holt ihr euch eine. Dann fangen wir wieder hier vorne an. Oh, so Feuer, Lava, Valhalla-Style, finde ich wild. Ghost of Sushi. Oh, warte, warte, da muss ich kurz näher dran gucken. Oh, so Gold. Okay, okay, okay. Hat mich noch nicht so krank gefesselt. Was ist das da, Digga? Was ist, was ist, Schlangenleder oder so? Warte, dann könnte das vielleicht passen. Das passt. Das ist auch geil. Okay, was, also was ich sagen muss, ehrlich gesagt. Das hat mir nicht imponiert. Es tut mir leid. Da war ein bisschen zu viel Random und das hat mir leider auch nicht imponiert, obwohl der Skin, wobei das passt zu den Farben, ne? Es passt zu den Farben, weil es Gold ist, aber man hätte es vielleicht, die anderen waren stärker. Es tut mir leid. Es tut mir leid, obwohl ein Skin todesgut ist. Okay, Freunde. Wir müssen hier einmal kurz weitergehen. Meine Damen und Herren. Okay, Freunde. Wir haben jetzt nur noch in den großen Finale haben wir jetzt noch drei Skins. Einmal Cyberpunk. Einmal Donkey Kong und einmal Assassin's Creed Valhalla, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wir noch nicht gemacht haben. Was haben wir noch nicht gemacht? Drachenschuppen. Freunde, Drachenschuppen. Ja, tut mir leid, Dark Trouble. Aber war stark, aber war dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen random mit dem Rot. Okay. Wir sind jetzt im Grande Finale. Habt ihr einen, habt ihr eine Geschichte vielleicht? Habt ihr eine Story überlegt? Ich hab gesagt, nein, ihr müsst nicht. Aber habt ihr eine? Ihr habt beide keine. Du hast eine. Okay. Ich will die mal kurz sehen. Wird halt zum Videospiel passen. Wird halt zum Videospiel passen, aber zu deinem Skin nicht. Deswegen hast du Glück, dass wir keine... Du hast Glück, dass wir keine... Ja, du hast Glück, dass wir keine Dings gemacht haben. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, wir schauen uns nochmal ganz kurz die ganzen Skins an. Bitte einmal komplett nebeneinander stellen, bitte. Dass ich euch ein bisschen identifizieren kann. Okay. Ich finde wirklich die drei Spiele, ne. Cyberpunk fand ich krank. Donkey Kong sowieso Legende, Freunde. Und Assassin's Creed weiß nicht, dass Danogy das gespielt hat. Und der feiert das komplett weg. Freunde. Ich will jetzt aber erstmal sagen, wer von euch würde dieses Finale hier gewinnen? Wir müssen weiterlaufen. Okay. Jungs und Mädels da draußen. Habt ihr vielleicht noch ein Emote, ein Sticker, irgendwas? Ein Tanz? Boah, stark. Ja. Okay, das hat alles gepasst. Freunde, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Also, ich sag euch ehrlich, ich kann mich echt nicht entscheiden. Weil es sind starke Sachen. Habt ihr vielleicht noch ein Spray? Weiter, weiter, weiter. Hat einfach nichts gesehen, Bruder. Okay, der Wolf. Okay, der ist auch stark. Und Cyberpunk, hast du noch vielleicht irgendwas schnell? Auf schnelle Welle? Es tut mir leid. Basti, es tut mir leid. Aber, Freunde, wie gesagt, die drei hier waren sehr, sehr stark. Okay, wir sind im Grande Finale. Ich würde mal sagen, Freunde. Ihr schreibt jetzt euren Gewinner rein. Für mich hat gewonnen. Ich sag euch ehrlich, wer besser war, fand ich hier Valhalla. Aber, Friends, habt ihr ne Pumpkarn, habt ihr ne Waffe? Was für ne Waffe habt ihr? Du hast ne Pumpkarn, du hast. Okay, wir machen, wir machen Spitzhacken-Battle. Ich hab hier sein Full Life. Ihr macht Spitzhacken-Battle in 3, 2, 1, go. Wer wird gewinnen? Wer wird das Gaming Fashion Show gewinnen? Aua. Kein Problem, wenn ihr mich killt. Wer wird das Gewinn? Ich baue euch die Boden. Oh mein Gott! Meine Damen und Herren! Assassin's Creed Valhalla hat verloren. Und dafür hat Donkey Kong gewonnen. Assassin's Creed Valhalla war auch sehr, sehr stark. Und Donkey Kong, du warst auch sehr, sehr stark. Sehr gut gespielt. Ich würde mal sagen, der Gewinner ist... Jetzt habe ich den Kill nicht gesehen. Der Gewinner ist... Marius! Marius! Freunde, Glückwunsch an Marius. Kuss geht raus, dass alle hier auf Ehrenmutterbasis easy mitgemacht haben. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, so Videospiele herauszusuchen. Ich fand auch Genshin Impact und sowas krass. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Videogame ihr am geilsten fandet. Also welche Kombi ihr am geilsten fandet. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Und ich würde mal sagen, checkt meinen zweiten Kanal ab. Nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video um 18 Uhr. Peace out. Macht's gut. Ciao.